Da sind wir wieder. Wir lassen die Frau mal leben. Ach ja, der schöne Wagen. Komm ich da rein? Dann muss man doch reinkommen. Das ist doch ätzend. Ich will da rein. Wartet mal. Die Kamera nicht so ätzend. Mando. Aber fast. Egal. Gehen wir halt selbst da rein. Planchi, Planchi. Mal sehen, was unser neuer Freund von uns will. Ich habe keine Ahnung. Das ist eine von uns. Aber sie muss verstehen, wenn sie mich entspricht. Wir sind klar? Natürlich, Sonny. Du bist nicht verbunden, bist du? Ein Mann von deinem Kälber? Du musst keine Angst haben. Ich hoffe, nicht. Ich hoffe, nicht. Wai, komm in. Geh mal ein Bier. Hast du schon eine gewöhnliche Kälber? Nicht noch nicht. Vielleicht ein Tag. Es ist eine Reise, Mann. Ich sage dir. Du gehst von einer dieser Bildung der Größe. Du sagst dir, Du sagst dir, ich gehe zu ihr Platz. Binde sie auf die Tafel und... Und dann machst du es. Es ist kein anderes Gefühl wie es. Okay. Speaking of Stars. Ich muss mich an Vivian holen. Das Weg, mach es. Du und ich haben mehr Business zu diskutieren. So lange es nicht um Pussis geht. Der Kerl ist schwanzgesteuert eindeutig. Das Auto hätte mich auch gefallen. So. Vivian am Polen. Muss hier denn? Oh. Blum, blum. Hat er auch gepaersed. Vielleicht wird er sein Auto nicht kaputt machen. Ich glaube, das machen wir eh. Wir kennen nicht. Schon wieder ein schönes Auto gewesen. Es ist blöd, wenn man für eine Mission an ein Auto gebunden ist. Naja. Uli ist einstecken, ein Taxi ist da. Das ist nicht okay. Ist es falsch für mich zu sehen, meine Freundin? Warum habe ich mit dem? Nein, Vivi. Das ist nicht falsch. Und du mit mit dem, weil Rikki liefst du. Aber... Aber was? Weil dein Freund nicht zu fahren, ich bin in der Vorstellung. Ich bin in der Vorstellung. Warum sind die Schmerzen immer so gut zu sehen? Ich bin Sandra. Was ist dein Name wieder? Es ist Wei. Rikki spricht über ihn oft. Du wirst schon, dass das nicht mein Wagen ist. Oh, eine Auto-Rallye treffen. Oh, gut. Oh, gut. Oh, gut. Oh, gut. Wenn Leute die bei Rot halten. Wie war das denn? Oh, ich bin jetzt ein Schwie�er und ein Perf. Ich bin jetzt schlecht. Es ist nicht gut. Was ihr zu tun? Ja. Papa, ich bin niemals auf einer Tашuffy. Ja. Ich bin jetzt 16 Jahre alt, und ich war ein Kind. Ich bin jetzt 16 Jahre alt. So, vielleicht dass ich mich unterbrochen habe, aber es war nichts interessantes Ich bin nicht sicher, wie viel das kostet. Okay, wir haben für die Mädchen und die 100,000 Euro. Sure, ich nehme deine Geld auch. Du bist mit den Mädchen und in deinem Auto? The extra weight will slow you down, Idiot. Think of it as your head start, Alex. Cause you're gonna need it. Think of it as your head start. Du wirst nicht mehr sagen. Ich zeige ihn. Hm. Ja, los. Hallo. Ich meine, ich mag die Frauen eh nicht. Ich kann mir sie nicht einfach da lassen. Rausschmeißen, Geld nehmen, weggehen. Alter, was für Kurven. Boah. Ich fahre richtig. Was will sie denn? Ah, ich kann mich an diese Strecke erinnern. Ich habe sie gehasst. Was sind das 25%? Wir verlieren, wenn unser Auto in die Luft flinkt. Ah, da kommt hier wieder so eine Pisskunde. So. So. Ja, das ist gut. Gut. Aber, es ist aber nicht nur der Stress wegen dem Rennen, sondern auch den Bullen am Hals. Und der ist 56% HAH! Wieso spiele ich eigentlich Rennen, wo man Auto fahren muss, wenn ich Auto fahren hasse? Ihr korrekt mich nicht! Ihr korrekt mich einfach nicht! Dung! 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 82% Ich will es nur nicht verhaspeln! Komm schon, Baby! Check's mir! Man merkt, ich werde etwas prügger! Und der schritt in der Stoß! Ha! Ziehen! Ja, Mann! Ja, Mann! Ha! Muss ich jetzt wegfahren? Wo ist denn das Auto? Hallo? Ja, ich hab's langsam kapiert! Mann, 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 Mann! Ja, ich hab's langsam kapiert, Annah! Willkommen! Nein, wir haben jetzt keine Zeit für ihn beten! Tuna, ist klar! Hallo Das war lustig, Wey. Danke. Anytime. Vivi, gib Wey mein Name und sag ihm, dass er mich auf eine zweite Date kommt. Sandra sagt, dass du sie auf eine zweite Date kommt, wenn du willst. Ja, ich habe das. Danke. Danke für uns heute zu beenden. Es war mein Glück. Wie die Uhr durch die Jacke klippt. Bäh. Nuh. Sicheres Haus in Kennedy Town. Coo. So kann man leben. Klein, aber gemütlich. Hm. Hm. Na, ist direkt die nächste. So. Wie ist denn die Aussicht? Hier können wir uns auch im Pool hinmachen lassen. Es geht. Es geht. Also wenn man die Hochhaus-Fassaden mag, dann. Es ist bestimmt schön draußen zu sitzen. Sind Fischis da? Fischi, 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 Fischi. Das würde ich auch noch kaufen. Nö, nein. Schauen wir mal, was im Kleiderschrank ist. So. Hm. Was seien Sie der Drache? Ich bin der Drache. Ja. Der hat so viele Tattoos. Ich finde den Drachen hübsch. Jetzt muss der wehgetan haben. Krass. So. Mach dir denn vor meinem Haus. Geh, deck. Pst. Geh, holen wir uns ein Auto. Hi, Gero. Hm. Oder soll man mal mit dem Motorrad fahren? Ja, komm. Wollen wir mit dem Motorrad? Gib. Kein Oberteil, aber Motorrad fahren. Das ist voll geil für die Sicherheit. Mach das bloß nicht zur Ose nach, Kinder. Ich bin der Drache, so. Nein, du wirst noch mal mit dem. Du bist doch schon da. Ja. Ja. Tu Jin Sao scheint zu sein, dass er sehr komfortabel ist in seiner neuen Position als Temporary-Chairman. Sehr komfortabel. Ich verstehe, dass er bereits planiert, um es permanent zu machen, bis Uncle Po nicht zurückkehren. Big Smile Lee wird ihn töten, bevor er das passieren wird. Ja. Und das würde Lee an den Sanon-Yi nehmen. Das kann nicht passieren. Nein, das kann nicht. Tu Jin muss gehen. Aber er muss nicht durchgezogen werden. Er muss sich selbst auf dem Weg zurückkehren, nachdem es wird eine Wahl. Warum würde er sich auf dem Weg zurückkehren? Tu Jin ist wie die Heroin. So far, er hat es geschafft zu kontrollieren, aber jeder, wie er es wie er ist, wird immer auf der Brink des Abyss. Na. Ich habe für seine Qualität zu verbessern, und jetzt, du hast ihn einen Knut, über die Seite. Okay. Wie? Er ist ein sehr superstitierer Mann. Hoh-Mai-Sung-Ga. Hoh-Mai-Sung-Ga. Er ist mit Fung-Shui. Er kann nicht überlegen, dass er ein wenigstens aus dem Weg ist, für die Angst, dass es die Verkaufelung bringen wird. Und du willst mir... ... Er ist ein Krebs aufzustellen. Rah-ah-ah-ah-ah-ah-ah! Alter! Was für ein Wagen.. Alter, das steig ich doch nicht in. Bisschen Voll reingeweist. Die Lache ist so ätzend von mir. Oh. Man, so ein schwieriger Kerl und eine ohne Oberteil fährt da bloß nicht auf, ne? Muss man beten. So. Ich würde sagen, wir gehen in der nächsten Folge mal da rein. Und frischen unser Wissen über Feng Shui auf. Bis dahin. Tschüss.